Ich bin so hungrig. Ich auch. Hey Mann, ich bin echt hungrig. Ich find was für dich. Oh, iss mich. Iss mich. Will, Will, Will. Bist du verrückt? Mein Lieblingsessen. Hallo? Was ist los? So, das reicht vielleicht. Oh, iss mich. Ich bin sehr lecker. Okay. Ich ruf dich später zurück. Nein. Hallo, Kinder. Kein Fastfood in meinem Haus. Wer das? Oh. Nein, warte. Mama, was machst du da? Und das. Ungesundes Essen in den... Das war alles. Das geht nicht. Ich hörte dich. Rosi, komm her. Gesundes Essen gewinnt immer. Kein Fastfood in meinem Haus. Ihr esst nur das. Esst das alles. Wie eklig. Wie ekelhaft. Vielleicht helfen Salz und Pfeffer. Ja. Das funktioniert nicht. Oh, das brauch ich. Das ist die letzte Chance. Das ist das Ende. Weichei. Mal sehen. Oh, was haben wir denn da? Orange. Die wird lecker sein. So mega lecker. Das sieht lecker aus. Ich liebe dich, Birke. So sehr. Meine Süße. Oh, mein Liebster. Oh, was machst du da? Du siehst so lustig aus. Was kann ich nur machen? Ich muss sie putzen. salat. Oh, mein Liebster. Du kriegst mich nicht. Hilf mir. Oh, okay. Keine Sorge, krieg ich hin. Oh. Rose, wie du vielfraß. Oh, ja, das bin ich. Hör auf, ich bin schüchtern. Ab in den Kühlschrank. Oh, mein Liebster. Oh, nein. 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 Oh, Schatz. Oh, Schatz. Oh, mein Kopf. Oh, ich sterbe. Ich bin ein Ninja. Oh, Schatz, wie fein. Ist das? Rosi! Wann ist die nächste Stunde, Rosi? Keine Ahnung. Kostenlose Burger, kostenlose Burger. Guten Appetit. Kostenlose Burger. Ich hab keinen Hunger. Nicht mal ein bisschen. Ich auch nicht. Geh mir. Es sieht mich ja keiner. Probieren wir es mal. Niemand sieht mich. Rosi, was machst du denn hier? Und was ist mit dir? Ich hab ihn zuerst gesehen. Der gehört mir. Hey! Nun gehört er mir. Alles los! Nein! Ich lebe Fastfood so sehr. Hilfen wir uns gegenseitig. Kinder, ich gehe. Esst kein Fastfood. Tschüss, Mama. Oh, ich hab Chips gefunden. Oh, ich hab Chips gefunden. Oh, ich hab Chips gefunden. Oh! Offen. Rosi! Oh, was? Ich will was Süßes. Oh! Oh, warte. Ich weiß, wo sie was versteckt. Falscher Ort. Gefunden. Ja. Oh, Mann. Spiel wir. Fang. Du bist dran. Hey, Mama. Oh, gesundes Essen ist gut. Ach, Schatz. Guten Appetit. Hallo, Ihre Leerung. Danke. Entschuldigung, Herr. Das ist noch nicht alles. Schönen Tag noch. Rosi, komm her. Oh, wow. Das kann ich alles essen. Warte. Wir müssen das von Mama verstecken. Neues Spiel, neues Glück. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Oh, mein Geschenk. Oh, vielleicht ist das... Oh, ein Teddybär. Oh, mein Geschenk. Vielleicht ist das ein... Roboter. Oh, was ist das denn? Rosi, guck. Das ist eine Gurke. Was ist hier los? Ich hab auch Gemüse. Dieser Geburtstag ist mies. Hey, alles Gute, Kinder. Ich hab einen besonderen Kuchen für euch. Oh, ein Kuchen? Ein Kuchen? Ja. Ist das dein Ernst? Nein, er ist lecker. Ich kann. Hurra, hurra. 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 Prost. Sie schläft. Holen wir uns Süßes. Ich hab's hier. Wo sind die Süßigkeiten? Die müssen hier sein. Nein. Da ist gar nichts mehr. Hier ist auch nichts drin. Das ist die letzte Chance. Sie muss hier drin sein. Aber wo? Wo ist die Cola? Wo ist die Cola? Ich hab euch. Jetzt werdet ihr gesunde, Kinder. Guter Junge. Ich hab die Möhren vergessen. Ich hab eine Idee. Nur noch ein bisschen. Endlich, wir sind frei. Ja. Was ist das? Hölle. Sehen wir nach. Ja. Magst du das? Ich weiß nicht. Sie ist schuld. Was? Was? Das ist nicht meine. Du Lütnerin. Wir vertrauen dir nicht mehr. Was? Fahrschutfreiheit. Ja. Kinder wartet. Keine Regeln mehr. Ja. Hm. Hm? 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 Ja? Ja. 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 Nicht so schnell. Was? Oh nein. Schon wieder? Oh. Ihr habt die Burger vergessen. Oh. Ja. Her damit. Mom, du bist die Beste. Mama, ich liebe dich. Immer, meine Schätze. Sehen wir mal. Nix da. Ist das kaputt oder was? Nochmal. Was? Nein, wird nicht passieren. Ich will was Süßes. Oh. 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 Wie wunderbar. Das sind meine. Oh. 5 Sekunden, Rede. Ich frage mich, wie viele davon im Männchen passen. Nur so wenige? Ich brauche mehr. Oh nein! Fusch, das ist doch so. Wow! Genau was ich brauche. Mädels, das sind meine Schnürsenkel. Ich habe voll Durst. Du kannst mir helfen, Kumpel. Eins, zwei, drei. Komm schon. Was? Ich kann das besser. Eins, zwei, drei. Mehr, mehr, mehr. Ich werde was super Leckeres finden. Noch ein bisschen mehr. Ich weiß, dass ich nah dran bin. Heute sind wir hier, um über unsere... Oh, ich glaube, ich bin da. Endlich. Ich finde dich. Du, nachsitzen! Was? Da ist ja gar nichts Blaues hier. Ich habe so Angst. Guck. Nicht zu glauben, dass sie was gefunden hat. Und was ist mit mir? Aha. Keine Sorge, Baby. Du schaffst das, Ruby. Ich fühle was. Und das ist... Feuer! Ich brauche Wasser. Entschuldigung. Nicht in meiner Schicht. Fräulein, dein Verhalten ist... Ich komme wieder. Ups. Oh. Oh. Wow. Wie toll. Guck mal, Rui. Gut. Guck, guck, guck. Oh nein. Wir haben die falschen Farben gegessen. Bin da. Wer noch? Wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Nein. Das wird auch nichts bringen. Hm. Nein. Endlich. Komm schon. Ich krieg's nicht ab. Hilfe. Hilfe. Du bist's. Oh. Oh. Oh, wie lecker. Alles meins. Oh. Oh, rotes Getränk. Kirschen. Eins. Zwei. Drei. Oh. Köstlich. Wow. Das riecht so... Davon habe ich so lange geträumt. Das gehört mir. Oh nein. Oh nein. Doch. Oh nein. Doch. Oh. Was ist hier los? Oh. Reiches Essen? Schon wieder? Schon wieder? reiches Essen? Ich hab so Hunger. Oh. Ist hier irgendwo was zu essen? Oh. Gefunden. Yummy. Langweilig. Ausgerechnet heute. Ich muss diesen Wettbewerb gewinnen. Vielleicht dieser hier? Nein. Dieser. Aber der ist doch zu teuer. Nein. Ich will ihn. Wow. Omas Geheimnisse. Wow. Buch. Gib mir dein bestes Geheimrezept. Was? Ein Apfelkuchen? Okay. Dann mache ich einfach einen Kuchen. Oh. Billig. Viel besser. Oh. 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 Viel zu teuer. Oh. Ja. Oh. Und ich brauche auch noch Eier. Oh. Ich habe ihn zuerst gesehen. Ich glaube ja nicht. Oh. Gute Arbeit. Ja. Los geht's. Ja, richtig so. Gut. Schneller, schneller. Wow, bin ganz schön stark geworden. Nun denn. Wow, er ist toll. Dann mal los. Zeit, dich zu dekorieren. Oh, wow. Lecker. Was? Nicht vergessen. Du bist so süß. Nein, 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 nein. Yummy. Was? Was? Wow, das war so knapp. Oh, nein, nein, nein. Oh, Mann. Ich brauche einen wundervollen Kuchen. Langweilig. Genau, das brauche ich. Wow. Ich warte nicht. Geh weg. Nächster. Probier das mal. Wow, sehr lecker. Aber das ist besser. Wow. Lass ihn verschwinden. Schmeckt ja wohl. So köstlich. Okay, ihr beide kommt in die nächste Runde. Burger und Pizza. Das wird der gesündeste Cocktail in meiner Lieblingsfarbe. Und noch gesundes Flüssiges. Und der letzte Schliff ist Limettensaft. Na dann, fangen wir an. Und fertig. So lecker. Wie kannst du das trinken? Du willst immer auf alles eine Antwort. Loser. Was zur Hölle ist das? Guck dich nur an. Was hast du getan? Das brauche ich nicht mehr. Viel besser. Schau dir mein perfektes Sandwich an. Ich mach mir selber eins. Da hast du wohl die Regeln gebrochen. Fertig. Los. Los. Auf keinen Fall. Oh nein. Oh nein. Das zahlt nicht. Das zahlt nicht. Aufblind. Aufsaat east. FYI,